Mir wurde erst gesagt, du bist eine Krankenschwester. Ja, bin ich auch. Dann hab ich sie jetzt zu ihr angehört und der Uwu-Göl. Also Uwu. Ich will die auch haben. Komm, zu mir. Ich muss ein Angebot haben. Dann komm ich in dir. Ah! Keinen Spaß. Ja, ist schon weh. Oh, schütt mal ein bisschen. Kein Beef. Der Muskelkater. Wovon? Vom Beef. Die Party ist nicht cool. Denn... ...auf... ...füllen Arsch. Fuck, ey. Und der Englische. Hm. 120 Leute haben Hände in der Hose. Nein, man hat nichts gesehen, alles. Wir schauen da nicht so drauf. Wir sind Feministen. Oh, ich hab voll drauf geschaut. Was strebst du, Junge? Ich hab doch gesagt, ich bin nicht live auf Twitch. Das willst du jetzt von meinen Aachen, Alter. Aber was für einen Chat liest du denn dann? Ich hab doch gesagt, ich bin live. Gibt's nur Twitch oder was? Willst du mich jetzt verkackern? Nee, TikTok gibt's noch. Als ob ich auf TikTok bin. Was? Ja, auf YouTube auch nicht. Aber woher zum Zweck mehr? Da siehst du, du schaust meine YouTube-Videos nicht, war, Freundchen? Nee, aber mein Freund. Deswegen kannte er dich ja nicht. Ja, aber dann müsste er das ja wissen. Ja. Du hast einen Freund? Ich hab einen Freund, ja. Ich schreibe immer meine Füße an Ananas. Ananassen. Ananasse? Das ist die Mehrzahl von Ananas. Ananases. Bin's? Auch nur ein Wort. Ja, stimmt schon. Ich hab grad meine Welpes gerade runtergefahren. Ich hab die mit meinen großen und dem C, der daneben ist, aufgeholt. Weil ich athletisch sehr begabt bin. Oh shit, oh shit. Deswegen hab ich auch sehr viel Spaß mit Frauen, weil ich ein athletischer Mann bin. Ah, okay. Jetzt sag's doch. Ich mach immer ein Spagat. Kannst du einen? Auf gar keinen Fall. Schade, hättest du jetzt am Abend gehört. Ist das für eine Frage? Ich wünschte meine Schlange wäre so groß. In der Hülle gibt's bestimmt heiße Goff-Gewitz. Warum lachst du jetzt? Warum kommt dir jetzt ein Schwein? Warum kommt dir jetzt ein Hamster? Warum kamen da jetzt so viele Tierarten auf einmal? Ich wurde ja beschnitten, weil ich hab ja, wenn ich vom Pissoir steht, dann hab ich in die Badewanne gepinkelt. Ich musste mich immer mit dem Rücken zur Toilette hinstellen, um ins Klo zu treffen. Peitsch dich. Versuch doch. Ich hab eine immer bei mir. Das ist wirklich ne Peitsche. Ich hab eine S***, okay. Ah, und kein S***. Ne, das hab ich jetzt nicht. S*** oder keine Schaukel. Gerade beides zur Zeit nicht. Können wir ändern. Wir können uns gegenseitig helfen. Wie alt bist du? Achtzehn. Da warst du auch nicht illegal auf die B*** zu schauen. Tut mir leid, hab ich hingeguckt, bin ich ehrlich. Kann man aber auch nicht. Da kannst du jetzt aber auch nichts gegen sagen. Also die Dinger, die sind mir direkt ins Auge gesprungen. Naja, kann man auch nicht mehr gucken, ne? Ey, Männer. Also guck mal, das Ding ist, ist halt einfach so. Meine Blicke werden dann immer am ästhetischsten Ort hin. Finde ich absolut schlimm, wenn jemand hinguckt. Okay, dann schau ich nur noch hin. Ja dann. Ja, ich bin 21, ich bin in jedem Land volljährig. Und jetzt sagst du aber in Dubai wärst du ein Gegenstand. In Dubai wärst du ein Gegenstand. Die Geistesbrot ist, ey. Meine Tastatur staubt. Kannst du mein Staubsauger sein? Dann kann ich sagen, ich hab mal einen Staubsauger. Das kam von mir. Du bist echt stolz drauf. Kannst du so nach innen machen, so? Oh. Das sieht scheiße aus. Das sieht aus wie ein Monster. Mach mal. Ne, ne. So, so nach hier. Nach hier guck. Und jetzt die Zunge raus. Wow. Stell dir einfach mal vor. Das hier. Okay, hier ist so eine Ritze. So eine richtig alte Männerritze. Weißt du, mit richtigem Auge. Und dann geh ich so zwischen. Kann ich mir leider nicht vorstellen. Tut mir leid. Warum nicht? Ich hab nicht so viel Vorstellungskraft. Kannst du das auch bei mir machen. Ich bin zwar nicht alt, aber ich hab einen Männer... 77% haben noch nicht abonniert. Abonnier verdammt jetzt nochmal. Und mach die Benachrichtigung an, damit du kein Video mehr verpasst. Bist du fertig? Nein, ist du gerade eine... Ach so, ne, eigentlich nicht. Ja, okay. Meinst du mit hingucken, oder? Ja, mit hingucken. Ich brauch noch ein bisschen. Ich kann auch freihändig. Da dauert es aber ein bisschen länger. Mensch, das sind aber große. Süß, ne? Dieser knickt. Meiner bin ja auch im P****. Glaube ich. Meiner biegt sich noch ein bisschen danach. Der wird ja wieder gerade. In welche Richtung denn? Also wenn ich den halte, dann macht der so ein Knick. Bisschen, so. Dann geht der wieder hoch. Gerade. Das ist wie so ein Omega-Zeichen. Oder wie so ein Widerstand. So ein Ohm-Zeichen. Omega, ja. Einfach meins. Dasselbe. Der hat auch manchmal auch. Boah, da würde ich aber auch mal von Sip trinken. Schön ausquetschen, das Ding. Ich hasse Katzen. Echt? Würde die so wegtreten, bin ich ehrlich. Ne, ich konnte nicht gerne Hunde wegtreten. Wie groß bist du? Meine Mutter sagt, ich bin Hund. Wie meint sie das? Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Nein. Keine Ahnung. Schmeißt du mich einfach weg? Ist mir aus der Hand gefangen. Nee, aus vom Tisch. Aber du sollst mir doch in die Hand fallen. Hände fallen, sorry. In die Arme fallen. Jetzt habe ich es. Drei Mal. Scheiße. Drei Zentimeter habe ich. Boah, ich habe fast gekotzt. Ach so. Erbrochen. Gebrochen. Sorry, ich wollte jetzt nicht so das respektlose Wort von mir geben, weißt du. Ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mann. Ja. Schmeckt es denn? Schön die Vitamine reinpumpen, wa? Ja, voll gesund, man. Alter. Ich kann dir ein paar Vitamine reinpumpen, wenn du willst. Ich habe hier Tabletten. Ich weiß, du hast pervers gedacht, du Drecks. So. Immer wollen sie malen Schmutz. Ich kann das alles nicht mehr. Sehr intim. Ich gehe sehr gerne in das intime Thema rein. Ich bin da sehr offen. Ja, okay. Wie meine Löcher für Männer. Mit Transen. Da ist er wieder. Wer? Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Kein Spatz. Doch, voilà. Wer hat wen geroastet? Er wird so gepostet wie da. Ja. Ist so. Es ist schon das zweite Mal, dass wir. Mhm. Wir haben das Video gesehen. Mit den Kühen einfach. Richtig beleidigt. Sorry, ich habe gerade auf deine B***e geschaut. Was? Das war das. Oh mein Gott. Ja! Und da ist er wieder drinne. Okay. Ge... Oh. 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 Also wir sind uns sehr ähnlich. Die hat hat braune Haare. Ja? Sorry. Ich habe auf was anderes geschaut. Auf dein Haar. Ja. Weil du gerade da so rumspielst. Darf ich nicht. Das war nur eine Ausrede, um auf deine B***e zu schauen. Weil das genau da so ist. Ich glaube mit dem Haar kannst du es nicht schauen. Darf ich dir mein Omega mal reinstecken? Ist ja wie so ein Vitamin, weißt du? Ja, nachher kriege ich einen Vitaminschock. Ist doch geil. Vitamin-Orgasmus. Ja, auf jeden Fall. Weil es ist denn so weit dann passiert. Ja, weiß ich nicht. Sonst tue ich vor. Mach mich wenigstens glücklich. Ja? Bist du noch auf Omel? Nein. Okay. Warum fragst du? Was? Wann fragst du? Was? Wann fragst du? Nur so, nur so, nur so, nur so. Na, nur so. Aber zwei B*** wissen sie nicht. Oder? Weißt du was ein Ahe... 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 Warte mal, wie heißt das? Ahegaro? Ahegaro? Ist? Nee. Wenn du die Zunge und die Augen nach oben machst. Aber die schielen doch, oder nicht? Machen die das nicht so schielenmäßig so? Ahegaro? Mach doch mal. Ich bin grad aufgewacht. Lass du, ich muss erstmal Energie hochfahren, bisschen. Ausreden. Das ist keine Ausrede. Ich arbeite schon. Außerdem lachst du nicht, also warum soll ich lachen? Weil du wirst, dass ich lache. Deswegen lachst du nicht? Ja. Ist das so ein Frauending wieder? Nein. Wenn du das willst, mach ich das nicht. Okay, bleib ich keinen. Oh, oh. War ein Witz. War ein Witz. Hast du Spinnen in deiner Wand, Lieben? Nee, ich bin die einzige Spinne. Ich bin eine Spinne. Du bist ein Streamer oder so? Nein, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil ich lachen. Warum liefst du nackere Mädchen? Aesthetisch. Aesthetisch. Okay. Ich habe das gesehen. Ich liebe grannies. Sehr. Grannies? Warum grannies? Das ist nicht so schwierig. Das Len ίаем wieder zufours an Baden zuczen. Ja? Das habe ich nicht gesagt. Ein føleger. Das hört euch an Bّ.